Durch diese heißen Stempel und die Massage geht es sehr in die Tiefe, also Muskulatur auflockern, auch Verspannungen lösen. Allgemein, der Duft alleine schon von diesen Kräuterstempeln wirkt auch über das limbische System. Es ist sehr guttund, wohltuend und wie gesagt, geht schön in die Tiefe durch das Heiße. Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Hotel Eisvogel in der Hallertau, genau genommen im Ort Bad Gögging und das Ganze befindet sich in Niederbayern. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Conny Ahlt. Conny Ahlt ist von Haus aus Masseurin und Profi ihres Fach. Hallo Conny. Hallo, grüß dich. Alles gut? Alles bestens. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das Thema Kräuterstempelmassage rüberbringen können. Der eine oder andere weiß, was es ist, gibt aber bestimmt ganz viele, die sagen, noch nie was von gehört. Conny, was ist eine Kräuterstempelmassage? Kräuterstempelmassage ist eine warme Anwendung, wo wir mit selbstgebundenen Stempeln, die mit Kräutern gefüllt sind, wir machen rein Lavendel, Holunder, Rosmarin, binden diese in ein Leinentuch zusammen, dann haben wir unten, die Füllung ist so faustgroß, der Stempel. Oben haben wir einen Schaft, das der Masseur auch anfassen kann und mit diesem Stempel, den erhitzen wir in 120 Grad heißen Öl, auch ein Kräuteröl und damit massieren wir dann den Körper. Das ist eine Ganzkörperanwendung, also Rückseite, Vorderseite. Wo kommt die Kräuterstempelmassage her? Es stammt eher aus dem asiatischen Raum. Wurde irgendwann mal nach Deutschland überbracht. Oder Kram auf, nach Mitteleuropa überbracht, ja. Ja, genau so. Ja, wunderbar. Ja, ich habe davon gehört und auch gelesen im indischen Bereich, also das Ganze, was mit Ayurveda gemacht wird, die arbeiten ja auch sehr viel mit Öl, auch mit warmem Öl und natürlich auch in der traditionellen chinesischen Massage. Wenn ich dich frage, was bringt denn eine solche Kräuterstempelmassage, was ist der Zweck? Die Wirkungsweise ist auf jeden Fall erstmal durch diese heißen Stempel und die Massage geht das sehr in die Tiefe. Also Muskulatur auflockern, auch Verspannungen lösen. Allgemein, der Duft alleine schon von diesen Kräuterstempeln wirkt auch über das limbische System. Ist sehr guttund, wohltuend und wie gesagt geht schön in die Tiefe durch das heiße. Jetzt würde ich ja erwarten, Hals tut weh. Nein. Oh. Nein, tut nicht weh, weil diese Massage ist wirklich so ausgedacht, dass man auch über die Hautrezeptoren eine Verbrennung vortäuscht, die aber nicht wirklich passiert, weil das so kurze Berührungen sind, dass man die Hautrezeptoren irritiert. Sie melden eine Verbrennung, die aber nie passiert. Dadurch wird aber die gesamte Haut auch aktiviert, besser zu arbeiten und die Haut wird besser versorgt. Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist was zur Entspannung. Also wenn meine Haut dann angeregt wird, zu reagieren. Nein, nein, nein. Die Entspannung der Muskulatur ist ja da. Okay. Du musst dir das so vorstellen, die Haut selber, das merkst du nicht. Aber dieser Prozess, der da nebenbei abläuft, aktiviert die Haut, sich besser zu verjüngen, sagen wir es mal so, für einen einfachen Gebrauch. Was ist mit Entgiften? Hat man jetzt bei der Kräuterstempelmassage nicht so. Da ist mehr eine Mehrdurchblutung da. Da ist einfach bessere Versorgung vom Gewebe, von der Haut. Was ist mit Entzündungen? Werden die gehemmt oder ist das auch ein anderes Thema? Entzündungen, wenn man mit Entzündungen zu tun hat, sollte man diese Massage nicht machen. Okay. Also alles, was jetzt ist, sage ich mal, Hautausschlag und solche Sachen ausartet, dann würde ich sagen, nein, Kontraindizid. Was gibt es noch für Punkte, wo du sagst, don't do that? Auf jeden Fall Venenprobleme, weil das ist eine Ganzkörperanwendung. Wenn die Leute sehr große Krampfadern haben oder so, dann sollte man da auch diese heißen Stempel nicht anwenden. Okay. Was gibt es noch für Punkte? Was ist mit Schuppenflechte? Schuppenflechte kann man machen, weil Schuppenflechte ist jetzt eine Erkrankung, die nicht ansteckend ist und die Leute haben auch sehr viele Probleme mit trockener Haut. Und wenn die Schuppenflechte gerade nicht aktiv ist, kann man da gerne diese Massage auch machen, weil die Öle auch sehr gut wirken. Immer wieder, weil ein Großteil unserer Gäste sind ja auch junge Damen in der Schwangerschaft. Wie sieht es da aus? Es sagt sich nicht an, weil man bei dieser Anwendung auf dem Bauch liegen muss, geht es natürlich in der Schwangerschaft nicht. Nur in der Frühfangerschaft, also bis zum dritten Monat könnte man das auch machen. Du hattest vorhin gesagt, Kräuter, die ihr verwendet, werden auch mehrere Kräuter verwendet. Ist das etwas Individuelles? Ja, ja. Es kann jeder für sich selber entscheiden, welche Kräuter er da reinbindet. Also wir haben zum Beispiel diese Massagen auch ausgeweitet auf Stempelmassage. Und zwar machen wir hier regionangepasst auch Bierstempel, Hopfenstempel, Moorstempel. Cool. Ganz interessant, das ist so mehr die Gesundheitsschiene dann in dem Sinne. Was unterscheidet die Wirkung von einem Kräuterstempel zu einem Moorstempel? Die Wirkungsweise der Massage ist die gleiche, aber beim Moor haben wir zum Beispiel die Stempel wirklich mit richtigem Moor gefüllt. Und das Moor wirkt natürlich dann auch auf die Haut und hat ja Histamine in sich. Weil die Moorstempel machen wir auch nicht im Öl, sondern im Wasserbad heiß. Und dann tritt das Moor natürlich ein bisschen aus, aus dem Stempel. Das heißt, ich bin Tarnfarben am Ende? Nein, so schlimm ist es nicht. Okay, du sagtest Hopfen, das assoziiert bei mir immer Bier. Ist das eine Bierstempelmassage oder ist das eine Hopfenmassage? Wir haben beides. Wir haben eine Hopfenstempelmassage, da füllen wir diese Stempel mit Hopfen und nehmen dann natürlich auch Hopfenöl. Da sind wir ja in der Hopfenregion. Und die Bierstempel machen wir mit einem Biersäckchen und da haben wir dann die Komponente Malz. Gibt es da einen Unterschied? Von der Wirkungsweise nicht. Das heißt, wie vor, aber ansonsten ist dann auch der Effekt eher entspannend? Der Effekt ist auf jeden Fall bei allen Stempeln entspannend. Tiefenwirkung durch die Wärme. Wichtigste Frage dann für mich, auf was muss ich mich einlassen zeitlich? Wie lange dauert es? 50 Minuten. 50 Minuten? Braucht man, weil es eine Ganzkörperanwendung ist, braucht man 50 Minuten. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also zum Beispiel, man sagt ja bei einer Ganzkörpermassage, geh mal in die Infrarotsauna, setz dich mal 10, 15 Minuten rein, dass deine Muskeln selber schon mal entspannt sind und dann kommst du in die Massage und dann haben die Hände des Masseurs nicht mehr so viel Arbeit. Muss man jetzt bei dieser Massage nicht machen, weil durch die Wärme des Stempels, das reicht aus. Da muss man nicht irgendwie unbedingt noch vorher warm oder so. Das wird vielleicht dann sogar auch für den Kreislauf zu viel. Okay. Was ist mit Trinken? Trinken ist allgemein bei allen Wellnessanwendungen immer gut, weil es immer mit Wärme und trockener Luft zu tun hat. Ja, klasse. Dann die nächste Frage, nachdem ich jetzt weiß, 50 Minuten, eine Anwendung. Wie ist das mit der Häufigkeit? Kann man jeden Tag machen. Wenn man sagt, jetzt ist fünf Tage, ist man da und man liebt das und macht das gern. Schade nicht, wenn man es jeden Tag macht, einmal. Das heißt, ich kann auch fünf Tage jeden Tag eine andere Kräuterstempel-Assoziation machen? Könnte man. Um dann einfach mal zu sagen, ich habe nach fünf Tagen fünf unterschiedliche Kräuterstempel gehabt und war schön. Ja, könnte man. Würde jetzt nicht schaden, nein. Okay. Und dann kann ich darauf natürlich in den sozialen Medien sagen, wie cool das eigentlich ist. Genau so. Ja, klingt doch klasse. Wie fühlt sich das für den Menschen, der es macht, beim ersten Mal oder überhaupt grundsätzlich an? Du hast vorhin darüber gesprochen, okay, wir erhitzen das in Wasser oder in Öl und gehen dann los. Laut meiner Erfahrung haben die meisten Menschen, wenn sie es noch nie gemacht haben, haben einfach Angst. Weil sie hören, du holst den Stempel aus 120 Grad heißen Öl oder Wasser. Ich nehme ihnen aber die Angst, dass ich sage, ich habe so viele Anwendungen schon gemacht. Ich habe noch keinen bis jetzt verbrannt. Es sind alle wohlbehalten aus meiner Anwendung rausgegangen. Und da nimmt man ihnen schon mal ein bisschen die Angst. Wir hatten vorhin über Kontraindikationen gesprochen. Wie sieht es denn aus, wenn ich, ja ich sage mal, frisches Narbengewebe habe, also keine Ahnung, Vierteljahr alt und habe eine OP gehabt, Hüft-OP oder keine Ahnung. Wenn die Narbe komplett verheilt ist, macht es nichts aus. Aber man sollte es dem Therapeuten sagen. Pass mal auf, da war was. Sollte man auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, sage ich mal, bei frischen Narben ist es jetzt nicht so angesagt. Das sieht man aber auch. Eine frische Narbe ist ja noch nicht ganz verheilt. Da wäre es nicht so angebracht. Aber nochmal Botschaft von meiner Seite her an diejenigen, die das mal machen. Einfach auch grundsätzlich gilt für alle Anwendungen, wenn da was war. Einfach sagen. Einfach sagen und sagen, pass mal auf, das und das ist mir widerfahren. Deswegen an der Stelle bitte Vorsicht walten lassen. Genau, kann man auch auslassen diese Stelle. Kein Problem. Ich wollte gerade sagen, das spielt ja keine Rolle. Der Rest des Körpers wird ja dann doch trotzdem verwöhnt. Ja. Ja, klasse. Nebenwirkungen? Nebenwirkungen, nicht wirklich. Gibt es allergische Reaktionen auf die Kräuter oder sowas? Ja, aber das sagt einem der Gast selber, wenn er irgendwelche Allergien auf irgendwelche Kräuter oder sowas hat, dann kontraproduziert. Kann man es nicht machen. Ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel allergisch gegen Labendel bin. Mache ich Hopfen. Oder gegen Hopfen oder irgendwas. Aber einfach mal auch da an dem Punkt Mund auf. Einfach sagen, ja. Ja, klasse. Was kann der liebenswerte Gast eventuell denn zu Hause machen, wenn er sagt, oh, klingt so schön. Kann der sich zu Hause auch mit Leinensäckchen selber? Schwierig. Eher schwierig. Was wäre das Äquivalent? Was könnte er im Austausch zu Hause machen? Wärmekissen. Wenn man schwärzen hat, echt ist das beste Neitzkissenwärme. Oder Wärmekissen. Oder es gibt auch, sag ich mal, Moor gefüllte Kissen, die man in der Mikrowelle wärmen kann. Und habe ich irgendwo Nackenprobleme, mache ich das warm und lege mir das auf. Aber selber sich massieren ist schwierig. Ist auch gut für uns. Sonst wäre da mal sehr arbeitslos. Das wollen wir doch alle nicht. Liebe Conny, vielen herzlichen Dank für das erfrischende Gespräch. Dir eine gute Zeit und allen Hörern da draußen vielleicht beim nächsten Aufenthalt mal eine Kräuterstempelmassage nutzen. Und im Eisbogel vorbeischauen. Auch das wäre eine Option. Danke und tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.